Und da will ich mich ein Zeichnis hier scheren. Ich habe von Tinten uns abgebracht, dass wir die Bibel lesen sollen. Aber ich lese viel mehr in der Bibel aus. Mir wird nicht klar, dass ein Unterschied wird von der Bibel, aber in der Bibel. Und als ich 18 Jahre alt war, dann habe ich gesagt, dass ich das accidente. Und ich war sehr, sehr krank und mir werden alle Knie vom Regenstrang losgebracht. Und mein Buch war sehr, sehr schwer. So ich war in einem sehr langen Hospital. Ich sehe da nicht nur Gott, aber ich wüsste wirklich nicht. Einste, was mir sehr klar denkt, dass ich sehr viel an unser Vater. Und das andere Ding, was mir nachdenken kann, dass ich so aufhören habe, dass ich so aufhören habe, dass ich so aufhören habe, dass ich so eine 17-19-Mulden-Dach vergeben. Und das war mir sehr wichtig. Und bei welchem ich, wo wir violiert wurden, wir noch nicht, dass wir dieses Finanzverlangen haben. Und ich wüsste danach nicht, aber ich kann nicht immer sperren, wie wir nach Meier, was wir gelehrt haben. Und dann, in zwei Däsen, in Feuer, dann befriede ich mich. Und ich habe von 14 Jahren sehr schwor in einer Stunde. Dort war sehr, sehr schwor. Ich will am Leben geben, aber ich nehme keine Leben ohne, ich gehe für keine Arbeit. Und ich war dann noch schwanger mit Hans-Dafid. Und dort wurde ich wirklich sehr schwor, wenn ich dann sehr viel durchgehebe. Und dort bin ich leid. Und dann habe ich sehr viel bei meinen Eltern uns abgeholt und dort an die Hand gehalten. Und dort war ich auch ein paar Punkte, weil meine Eltern würden nur gehen, und die würden nur so auf meinen Mund picken. Und dort wird auch schwor. So, wenn wir dann erst uns zweite Kind haben, dann waren wir uns einig, wir würden uns freuen, wir würden eine Menge an die Hand tragen. Und wir durften auch. Ich dachte, die erste Zeit auch so, dort ging es schön, und wir hatten auch ein sehr schönes Leben. Das war doch einzige Zeit, in der wir. Aber ich tröse mich immer mehr, dort wird leichter geworden. Und wir tröse mich, dann der zweite Stelle, wo wir haben, und dann warte ich dort, und dann ernten wir something nicht ganz ruhig mit meinem Mann, aber ich wusste nicht, wo. Und ich bete bis immer, dass Gott so den Beschützenden beworben soll. Und dann, wenn ich dann mit unseren Tränen und den Tietwohnen da, dann warte ich dort an, dass der noch so ein Mann ansehen, bevor das Kind war. Und mir wird so schwor. Und heute hat mir immer so ein Rufhahn, wenn ich auch gesagt habe, und ich will auch mit Wacheln von ihm, dann warte ich so ein bisschen beschuldigt, und ich treffe sich da, und ich will sich da noch leben nehmen, wenn ich das dort will. So, wie ich sage, und ich drück, ich will mich auch viel zu tun. Ich will mich auch, zu viele Menschen davon zu reden. Und dann, und dann, und dann trage ich mir noch eine Plumkeli. Und dann war ich dort ein, dort do seriously something on, und dort in unserem Leben. Und dann schau ich mir in einem kleinen Mial, mit einem Monomene, wie dann noch nicht mal drei Jahre. Und dann sehe ich mir, dort do something wrong with you. Und ich weiß nicht, wo. das erste Mal da rege. Und dann das beschwicht, und ich dachte, ich will wirklich über, was sie zu mir sagen. Und dann, das zweite Mal, dann, dann wieder, glaube ich, all die Leute an mich angekommen. Und dann, ja, sie rekt, sie soll mir erwiesen, was sie sagen. Und dann, sie können gar nicht wirklich reden, wie noch die Kleine. Und dann, über dem hat mein Mann, aber all, wieder eine kleine Stunde, und dann auch rauben. Und dann ging ich über die Hängerung, und dann weiß sie, nun ist das, wo einer nicht will, einen Kind zu erwiesen. Und dort hat mich, richtig, so, wo ich, ich war, und ich war, bis in der Hängerung, und ich war, in die Hängerung, in den Hörden. Da glaube ich, und dort war alles, meine Schuld, was da angekommen, und die können das nicht besorgen, die will ich noch die Kleine. Und dann hat lang, die Brach, aber ich, an den Älsten, dann besonder, können Tischlupen bringen, wie ich, heute will ich, aber lehrig, dass ich von Papa war hier, und heute können nicht verstehen, woran ich war, und ich will ja, dort auch nicht sein, so, ich versprich, aber ich will, zweimal mehr, von Papa war hier, und ich dort auch nicht. Wie ich, dort hat mich, weiter, dort tient, dass ich weiter. Und, dort ging wieder, und wieder, und dann versprich, ich mir, du würde nichts mehr passieren. und dann, ja, er war, da ich dort, wo, ein, dort, wir haben, ein, ein Wunder, dann, über die, wo die Ertrag mitbringen, dort, und dort, wie mein Onkel tont. Und da, er, eine, dachte, der hat auch, so, schwar. Ich wusste dann überall, was da umgehen wird und dachte bei mir, dass ich so viel gesagt habe, dass ich so viel gesagt habe, dass ich so viel gesagt habe, dass ich so viel gesagt habe. Und dann kam das aber so wieder an ein paar Jahren wieder an. Das habe ich vergessen, was das zu mir gesagt hat. Ich wusste, dass ich so viel gesagt habe, dass ich so viel sagen habe, dass ich so viel gesagt habe und da meine Eltern oxygenate gehen würde. Und dann habe ich so viel gesagt, dass meine Eltern die Eltern nicht mehr sagen, wieso ich so viel gesagt habe, aber dass ich so viel gesagt habe. Und zwar habe ich so überrascht, dass ihr hier nicht mehr gesagt habt, dass das nicht mehr Geld sein muss. 7. So007 dort hat er eine Stau an wir, und dort hat mein Mund die Verwaltung um den Nachbarn an wir. Dort hat meine Sosa, da wird . Dort fragt sich sehr, ich würde es vergessen. An dort sind wir in den Fernseher aufgeregt. Dosen 04 in dem Gehaufel musste ich meinen Mund an von dem Winkler holen, und dann wiste ich lange, dass ich hierge ediyorum hatte. Ich sagte vor, ich konnte es nicht länger. Und ich sagte, nein, das war nicht vor. Und ich sagte, dann war steht so ein Ding da. Und ich verspürte, wir würden den Ältesten fahren. Aber ich berede den Ältesten, dass ich mit Stahl sein würde. Die Wirk. Wir haben das zweimal. Und die letzte Mal brachte meine Dinge. Und ich verspürte, aber ich würde nicht mehr. Und ich war immer Dresdler, immer Dresdler. Und immer mehr Dinge, die ich antwortete, was ich da war. Und ich war immer an den Gängsten in unseren Tüten. Und ich war sehr, sehr schwer. Ich habe sehr viel gerührt. Ich habe sehr viel auf den Knall gelegen. Und ich habe mir gedacht, wie ich mit denen kann, wie ich merken, was ich noch sage, was ich erreicht habe. Und dass ich endlich ein anderes Land schriege. Und ich war immer, wenn ich dort Leute immer sagen, da lebst die Herd, bekehre dich. Ein Morgen kam, konzern sich. Wer Herd ist frisch, gesund und rot, ist morgen krank, wie vorwollt hat. Zu Dünnen sterb ist ohne Büsse, den Leben soll dort brennen müssen. Aber da wird konzern, ich bin ein bisschen unruhig. Ich war immer, falls ich dort im Bett, das war nicht ganz kalt. Und dann, wenn ich zwei saß weg, weil ich eins klein sah, eins klein sah, dann war ich dort anhand gebracht. Ich dachte, ich habe eine solle schwere Tüte geholt. Mit allem, mit allem taub. Aber dann ging ich nach einer schwere Tüte durch. Dann habe ich so gemacht, dass ich nach einer Mache und mir und die sehr Angehörer mit mir dort dörst. Dass ich wie nichts wird, und du wirst scheinen, dass ich an meine Kamera und das wird angerautet, was passiert wäre. Und die Menschen würden sich alle von mir wegdrehen. Ich folgte mir, was ist dort. Und dann, ich würde die ersten zwei Werte dann gleich tüßen, aber wenn ich sich da in den Husten komme, dann warte ich mal, was eigentlich auch gut ist. Man muss immer an die Wernrehe merken, was unterdenken, was ich an einem Tag gehabt habe. Und dann kriege ich einen Funkhalle, dass ich mich geliext habe oder eine Frau, die auch, dass ich mich zu Hause habe. Und das wäre aber nicht so. Dort habe ich mir dann gesagt, dass ich mich in den Husten und dann kann ich die Schlampe noch essen. Die Zeit, wo ich mich einmal verletzen will, weil ich mich in den Husten und in den Husten und in meinen Kopf durchgegangen bin. Ich habe nichts mehr an der Seite gesagt, weil ich heute nicht viel war. Und dann kam ich mir an der anderen in den Husten und in den Husten reingehend zu essen. Reingehend zu essen. Und das Wichtigste, was ich mir geben, dass ich dort war, und ich war mir in den Husten, und dann war es nicht so. dass Gott mich ein Schick hat. So, dass ich mich ein Schick hat. Und dann habe ich mich glücklich, dass ich wenig verloren habe. Und dann würden Menschen über mich gehen. Und ich weiß, dass wir auch ein Schiff-Menschen waren, dass ich mich auf dem Husten vorwärtsgekommen und helden mich. Und dann bin ich vor der Tüten durchgegangen und da habe ich auch so ein Schwanz zu können sein, wenn ich eine kleine Babyhahnmann hatte, aber da bin ich so, da bin ich die Beste Tüte, wo das können gehen, wenn ich mich auch schaffe, ich mich auch ein Smiling. Ich probiere zu sehen, dass ich frei war, weil ich nicht. Und dann habe ich mich in Mexiko gefahren und dann bin ich in Alberta und dann habe ich mir gesagt, dass ich fertig bin, wenn ich von Alberta bin bin, dann habe ich die Beste Tüte und dann habe ich mich in die Beste Tüte und dann habe ich mich in die Beste Tüte und dann habe ich mich in die Beste Tüte. Ich bekomme eine Freundin, die mir dann helfen, dass ich in die Beste Tüte und dann habe ich mich in die Beste Tüte und dann habe ich mich in die Beste Tüte und dann habe ich mich hier und da, dass wir ein Unternehmen anfangen können. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese schöne Tüte hatte und dass wir hier wieder gehen können. Und unsere Kinder hatten jeden Tag, sie sind sehr leicht heute bei Beden und von Gott gekommen. Sie waren sehr leicht und sie wollten sich über mich hoch und befählten, dass ich mich nicht auf die Beste beklären habe. Ich bin sehr dankbar für euch. Und ich wollte auch noch sagen, dass wir Jesus nicht in heute bekommen und nicht in den Himmel gekommen waren. Dort bin ich der Einzige. Dankeschön.